Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Nerd News. Den Anfang machen heute Nekatoys, welche mit Toon Horrors eine neue Range vorgestellt haben. Diese beinhaltet 6 Zoll große Figuren, welche sich an klassischen Samstagvormittag Kinder-Cartoons orientiert. Naja, also die meisten von denen sind mir relativ unbekannt, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der sie kennt. Wir bleiben gleich so ein bisschen in dieser Richtung und zwar wurde auch die Horror-Clowns from Outer Space Range vorgestellt. Es handelt sich wohl hierbei um einen Horror-Klassiker aus den 80er Jahren, aber da ich mich in diesem Genre überhaupt nicht auskenne, könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen. Auch diese Figuren sollen noch im Laufe des Jahres erscheinen. Insgesamt gibt es die drei Modelle, wobei der eine halt in so einer Art Kokon ist, aber da ich den Film wie gesagt nicht kenne, kann ich das weder bestätigen noch verneinen. Falls ihr Infos habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare bitte. Wir kommen zu etwas, wo ich mich etwas besser ausgönne, nämlich die Gremlins. Diese relativ populäre Reihe von Nika Toys bekommt mit diesen beiden lustigen Kerlchens direkt Nachschub. Wir erinnern uns alle an die beiden, beziehungsweise an den einen, der den anderen tätowiert hat mit dem Warner Brothers Logo. Ich finde, sie treffen diese Gremlins, diese kleinen Monster sehr, sehr gut. Heute reisen wir etwas auf der Retrowelle, denn auch die Thundercats kehren zurück in die reale Welt. Und zwar für Cool Mini or Not Zombie spielt Zombicide. Und zwar ist es dort für die Green Horde gibt es die Erweiterung Pack 1, 2 und 3. 1 und 2 bringen Helden, die eure klassischen Helden ersetzen mit neuen Fähigkeiten. Und das dritte Pack bringt tatsächlich dann die Gegner, Nekromanten und Abonimation. Ja, die sollen noch im Laufe des Jahres erscheinen, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Ich denke mal, für Thundercats-Sammler gibt es ja nicht so viel von der Worte zuschlagen. Monty Games hat jetzt für Kings of War ein neues Regelbuch vorgestellt. Dieses 400 Seiten starke Buch umfasst nicht nur das klassische Regelwerk, sondern auch alle Erweiterungen, die bisher erschienen sind. Zusätzlich wird der Hintergrund noch erweitert. Also wir erfahren mehr über die Welt und die Lore. Und es gibt noch neue Regeln für Belagerung und Regeln für Schlachten über 3000 Punkte. Aber wie gesagt, keine neue Edition, sondern nur ein Upgrade. Gleichzeitig erscheinen auch noch die neuen Artefakts und Spellcards. Ja, wo ihr im Grunde genommen alle klassischen Artefakte und Zaubersprüche beisammen habt. Ansonsten hoffe ich, hat euch wieder Spaß gemacht. Falls ja, drückt den Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen zu einer weiteren Folge Nerd News. Bis denn! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.